Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen zu der Folge Nummer 9 meiner Bildkritik-Serie. Heute habe ich wieder ein paar richtig coole Fotos für dich und wir werden die alle mal gemeinsam durchgehen. Ich werde mal so meine Punkte, die ich an diesen Fotos verändern würde, die ich euch empfehlen würde, die ihr vielleicht anders machen könnt, euch zeigen. Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, mir weiter Fotos zuzuschicken. Solltet ihr noch keine Bilder zugeschickt haben, ganz wichtig, lasst bitte erstmal die Leute ran, die bisher noch nicht dran gewesen sind. Aktuell sind wir noch bei 54, weil mit jeder Folge, die ich hier neu hochlade, erreicht natürlich neue Leute und neue Leute wollen dran teilnehmen und es werden eigentlich immer mehr. Finde ich sehr toll, es macht mir richtig Spaß, eure Bilder zu kritisieren, positive und negative Aspekte hervorzuheben und ich hoffe natürlich, ich helfe euch damit weiter. Aber das Feedback auf die Videos hat mir das bisher gezeigt. Bitte nehmt das alles nicht persönlich, es ist kein persönlicher Angriff gegen euch, gegen eure Fotografie. Jeder ist auf irgendeinem anderen Stand und das Einzige, was ich mit diesem Video erreichen möchte, ist euch weiterbringen. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem ersten Foto und es ist ganz offensichtlich von Carboard Photography, weil das ist das Wasserzeichen, das in den Fotos drin ist. Und ich sage es bei jedem Foto, bei dem ich das sehen kann, bitte lasst die Wasserzeichen raus. Es stört mich vielleicht persönlich, vielleicht stört es euch nicht, aber ich bin der Meinung, sowas gehört in Fotos nicht rein. Es bietet keinen Mehrwert. Okay, ich sehe schon, es ist eine Langzeitbelichtung. Eine coole Langzeitbelichtung mit Wolken, die so richtig schön in dem Bild verschwinden, verschwimmen. Sieht echt gut aus, auch eine tolle Farbstimmung. Was mich jetzt so ein klein bisschen stört, ist, dass das Wasser so milchig aussieht. Weiß nicht, ob das in einer zu langen Belichtungszeit liegt oder ob in dem Moment das Wasser einfach so war. Gut, ist jetzt eine Sache, die ich vielleicht noch verändern würde. Dann haben wir natürlich auch Führungslinien in dieser ganzen Geschichte mit drin. Nämlich von dem Steg. Von dem Steg gehen zwei Führungslinien raus, die aber zwar zu diesem zweiten Steg auf dem Wasser führen, aber da ist wieder nichts. Also klar ist das eine tolle Idee, sowas zu machen, aber für mich ist dieser Steg im Wasser nicht wirklich aussagekräftig. Wenn da noch irgendwas drauf wäre, richtig cool. Ich weiß, ich habe das öfters mal so, dass ich gerne sagen würde, hey, ich würde da gerne ein Brautpaar draufstellen oder ich würde gerne das machen oder sowas. Aber dann braucht man ein Boot, dann müssen die irgendwie dahin. Irgendwas muss man in dem Moment machen und ich glaube auch, dass es nicht gerade warm war an dem Tag. Kann man nicht so genau einschätzen, aber es wäre vielleicht eine tolle Idee gewesen, da noch jemanden hinzusetzen. Also ich integriere gerne Menschen oder Objekte in meine Landschaft, wo man sich wirklich daran festsetzen kann, wo man wirklich hinschauen kann. Und der Steg ist für mich so nicht wirklich ausreichend. Grundsätzlich trotzdem eine tolle Idee, worauf du vielleicht achten solltest, ist, dass im Hintergrund, gerade dieser kleine schwarze Fleck, der mir direkt ins Auge sticht, dass sowas rausretuschiert wird, dass man vielleicht auch Dinge nicht so knapp anschneidet wie diesen einen Grashalm. Der ist da noch so ganz knapp mit drin und der stört eher so ein klein bisschen. Ansonsten muss ich gerade mal gucken, was wir noch haben. Haben wir noch irgendwelche Details, die in dem Moment störend sein könnten? Nö, das wären, glaube ich, aus meiner Sicht so die einzigen beiden. Was mir jetzt noch auffällt, dadurch, dass es eine Langzeitbelichtung ist, sind manche von diesen Gräsern hier sehr scharf und kaum in Bewegung. Dafür andere hier vorne ein kleines bisschen verschwommen. Ja, der Effekt in den Wolken sieht richtig genial aus, aber vielleicht hätte das auch normal fotografiert richtig cool ausgesehen. Also, ich weiß, viele sind so ein extremer Fan von Langzeitbelichtung, viele nutzen das, um Landschaften irgendwie entsprechend besser darzustellen, aber manchmal ist es auch gar nicht notwendig und man sollte überlegen, ob es wirklich Sinn hat oder nicht. Die Gräser an sich geben so einen kleinen Rahmen, aber ich finde, es hätten vielleicht weniger sein sollen. Die hier links sind schon recht prägnant und vielleicht hätte man sich eine Position raussuchen sollen, wo die nicht mit drin gewesen wären. Vielleicht wirklich den Steg mittig nehmen. Ich weiß nicht, wie es aus diesem Winkel ausgesehen hätte, gerade mit Kombination Sonne, dem Steg im Wasser und dem Steg hier vorne. Aber vielleicht hätte das ein bisschen besser gewirkt. Dann die Gräser an der Seite, die so schön den Rahmen geben, den Steg in der Mitte, der in dem Moment nach vorne zeigt und vorne ein Motiv, wie beispielsweise das. Das hätte nochmal ein bisschen besser ausgesehen. Einfach so ein bisschen die Linienführung mit ins Foto reinnehmen. Genau, ansonsten richtig super gemacht. Schöne Belichtung, schöne Dynamik in dem Foto und trotzdem geht der Kontrast nicht verloren. Echt nice. Gut, das nächste Bild. Das nächste Bild ist dieses hier und ich muss ganz ehrlich sagen, also erst einmal, ich weiß nicht genau, was mit dem Himmel passiert ist. Der Himmel hat irgendwie so ein sehr eigenartiges Muster. Liegt das vielleicht am ISO-Wert? Was für ein ISO-Wert wurde denn da genommen? Habe ich EXIF-Daten? Nein, habe leider keine EXIF-Daten. Aber im ersten Moment wirkt das so, als wäre ein recht hoher ISO-Wert drin gewesen. Gerade hier in dem Orange-Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Videoaufzeichnung, aber gerade in dem Orange-Bereich sieht das etwas eigenartig aus. Keine Ahnung, ob das an der Bearbeitung liegt oder ob das an einem zu hohen ISO-Wert liegen würde. So etwas vielleicht auf ein klein bisschen drauf achten. Man hat nicht immer ein Stativ mit dabei, das weiß ich. Und manchmal ist es gerade bei Sonnenuntergang schwierig, hier eine anständige Belichtung hinzubekommen, aber man kann kreativ werden. Ich bin auch schon oft genug hergegangen und habe, was weiß ich, einen Schuh ausgezogen und die Kamera auf einen Schuh gelegt oder sowas. Das funktioniert. Man muss nur so ein klein bisschen drüber nachdenken und vielleicht wäre es in dem Moment ein bisschen besser gewesen. Kann ich nicht genau sagen. Gut, wir gehen mal auf die gestalterischen Aspekte ein. Ich finde es sehr schön, dass man hier im Hintergrund Blau und Sand und diese Häuschen, also diese, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, diese Sitzkabinen, die man an den Stränden normalerweise findet hat, aber es lenkt so ein klein bisschen ab von diesem Gras. Warum ist das Gras scharf? Das Gras bietet zwar eine schöne Struktur, aber der Hintergrund ist dafür zu unruhig. Man hat diese Häuschen, man hat das Meer, man hat sehr viel Farbe und dann hat man vorne das Gras, das einfach nur so eine unruhige Struktur ist, ohne dass man wirklich ein Hauptmotiv erkennen kann. Wirkt etwas eigenartig, ich hätte das Gras vielleicht weggelassen oder so weit unten an den Bildrand angesetzt, dass es unscharf wird und dass eins von diesen, von diesen Kabinen halt als Hauptmotiv dargestellt wird. Dass es wirklich Hauptmotiv ist, irgendwie mittig im Bild, irgendwie weiter unten im Bild, schön oben das Meer zu sehen oder sowas. Weil Gras erwartet man an einem Strand irgendwie nicht, also nicht so extrem. Es nimmt immerhin zwei Drittel des Bildes ein, vielleicht sogar mehr, vielleicht eher drei Viertel, weil es nur so oben hier so ein klein bisschen nicht mit Gras bedeckt. Und ich finde das als Hauptmotiv irgendwie nicht geeignet. Gerade wenn man im Hintergrund so viel Unruhiges hat und auch noch so Farben hat wie hier unten, da ist irgendwas Absperrbandmäßiges, so sieht es zumindest aus. Da ist so ein bisschen komisches Orange, was man nicht so wirklich zuordnen kann. Also es lenkt eher vom Gras ab und das Gras sorgt nur dafür, dass man das, was man im Hintergrund sehen kann, was wirklich interessant ist, nicht zu sehen bekommt. Also schau vielleicht mal, dass du wirklich ein klares Hauptmotiv hast, dass wenn du wirklich was in den Vordergrund nimmst und sagst, hey, ich möchte vielleicht Tiefe erzeugen, Tiefe erzeugen, indem ich was in den Vordergrund nehme, Tiefe erzeugen, indem ich was Interessantes im Hintergrund habe, aber jetzt nichts Ablenkendes vom Hauptmotiv. Dann setze es bitte so, dass es nicht so viel vom Bild einnimmt, wie in diesem Fall. Gerade ein bisschen drauf achten. Okay, nächstes Foto. Nächstes Foto ist, oh, ein Makrofoto. Ganz interessant, ich bin selber kein Makrofotograf, aber ich möchte mal so ein klein bisschen was zu diesem Thema sagen. Zuerst einmal finde ich es ein, also ich finde es sehr gut, dass du die Sonne hinter der Blume versteckt hast. Das sorgt dafür, dass der Vordergrund nicht total überstrahlt. Das sorgt dafür, dass man keinen extremen Kontrastallfall hat. Auch finde ich es toll, dass hier der Vordergrund nicht so extrem aufgehellt ist, wie man es öfters mal bei irgendwelchen Gegenlichtaufnahmen sieht. Aber du hast bei der Schärfe so irgendwas, irgendwas hat da nicht funktioniert. Denn Schärfe liegt sowohl hier auf dieser Blume, Schärfe liegt aber auch auf diesem Grashalm und auf den Grashalmen hier drüben und die sind deutlich heller. Wenn man jetzt die ganz normalen Regeln der Blickführung mal betrachtet, das Auge geht normalerweise von kontrastlosen zu kontrastreichen, also meist zu helleren Farben, geht von entsättigten Farben zu gesättigten Farben. Das hast du prinzipiell schon mal gut gemacht, also das hellste und gesättigte ist schon mal auf dem Hauptmotiv. Aber es gibt noch andere Bereiche, die in dem Moment ablenken mit der dritten Blickführungsregel, nämlich vom Unscharfen zum Scharfen. Und wenn etwas anderes als das Hauptmotiv ebenfalls scharf ist, wie beispielsweise hier neben oder da rechts oben, da ist auch noch, die sind auch ein bisschen zu scharf aus meiner Sicht, dann lenkt es eher vom eigentlichen Hauptmotiv ab. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Also ich gehe gerne her, ich werde schon zum halben Landschaftsgärtner, wenn ich anfange Makros zu fotografieren. Ich mache es selten, aber ich versuche, dass die Bilder sauber aussehen. Gehe dann gerne mal her und drücke irgendwelche Gräser runter oder sowas in die Richtung. Also bitte fangt nicht an, haufenweise Blumen rauszureißen, weil es euch gerade ins Bild passt, sondern geht vielleicht dann ein bisschen näher ran, ins Hochformat oder sowas in die Richtung. Vielleicht hätte es im Hochformat ein bisschen besser ausgesehen. Ja, hätte glaube ich funktioniert, gerade mal so auf den ersten optischen Tester, weil man eben diese ganzen ablenkenden Dinge am Rand nicht mitbekommen hätte. Dann haben wir im Hintergrund sehr prägnante Elemente, wie beispielsweise diesen Pfosten oder Laterne oder was das genau sein soll. Weiß ich nicht, ob man das vom Kamerawinkel her nicht ein bisschen hätte anders machen können. Ich denke mal, du warst in dem Moment eher darauf fokussiert, dass die Sonne genau durch die Blume scheint und hast nicht sonderlich groß auf den Hintergrund geachtet. Aber gerade sowas hier, dieser Pfosten, das Hochhaus im Hintergrund, das ist eher ablenkend. Keine Ahnung, wie man das in der Moment hätte besser machen können, weil die Sonne sollte ja durch die Blume scheinen. Das ist ja in der Moment wichtig. Aber vielleicht hätte es eine andere Blume gegeben, die man mit einem anderen Winkel irgendwie besser hätte fotografieren können, ohne dass so viele störende Elemente mit auf dem Hintergrund sind. Denn es scheinen ja relativ viele, wenn man da so ein bisschen links unten weiter reinguckt, relativ viele von diesen Blumen zu sein. Und vielleicht hätte man da eine gefunden, die ein kleines bisschen besser funktioniert hätte. Vielleicht auch ein bisschen näher rangehen, dass mehr Unschärfe im Hintergrund ist. Man muss so ein klein bisschen mit den technischen Gegebenheiten, die man natürlich hat, arbeiten. Aber schau ein bisschen auf den Hintergrund, schau ein bisschen, dass wirklich nur ein Hauptmotiv scharf ist und guck, dass diese Blickführungsregeln mehr in deinem Bild Beachtung finden. Okay, cool. Nächstes Foto ist wieder ein Sonnenuntergangsfoto, wieder am Meer. Und grundsätzlich, was die Belichtung angeht, was auch die erste Farbgestaltung angeht, finde ich es nicht schlecht. Finde es richtig gut, aber mir fallen so ein paar Sachen auf. Es gibt so ein paar störende Elemente wieder, die ich in dem Moment rausgenommen habe. Also wenn ihr wirklich Bilder macht und die dann später retuschiert, ist das vollkommen in Ordnung. Man darf Sachen aus Fotos raus retuschieren, auch wenn man vielleicht sagt, in dem Moment spiegelt es nicht das wieder, was in dem Moment gewesen wäre. Aber stell dir vor, du hättest ein bisschen gewartet und die Leute wären aus dem Bild draußen gewesen. Wenn die hier drin wären und würden vielleicht in die andere Richtung laufen, vielleicht wieder ein anderes Thema. Wenn sie näher am Gebäude wären, okay, vielleicht ein anderes Thema. Aber in dem Moment haben die eine Kommunikationsrichtung nach links und die lenken von dem Gebäude, wo ich jetzt von ausgehe, dass das dein Hauptmotiv war, eher ab. Das lenkt den Betrachter von diesem Hauptmotiv ab und deswegen hätte ich sie wahrscheinlich rausgenommen, gewahrt, bis sie weg gewesen wären oder ich hätte sie komplett raus retuschiert. Genauso wie diesen Pfosten, der stört mich in dem Moment auch, hätte man auch raus retuschieren können. Geht relativ einfach. Ich habe das einfach mal so in ein, zwei Minuten für dich probiert und du siehst schon, es wirkt nochmal ein bisschen klarer, es wird ja klarer, was eigentlich das Hauptmotiv sein soll. Dann haben wir ein Hauptmotiv, das relativ symmetrisch ist. Also jetzt nicht 100%, das könnte man jetzt nicht spiegeln, aber es hat schon eine gewisse Symmetrie. Und ich wäre wahrscheinlich hergegangen und hätte das Gebäude mittig im Bild gesetzt. Auch noch so ein bisschen näher dran zugeschnitten, sowas in der Richtung hätte mit Sicherheit ein kleines bisschen besser gewirkt. Ja, ja. Man kann dann auch nach oben vielleicht ein bisschen mehr Abstand lassen, dass man wirklich sagt, man zeigt ein bisschen mehr von diesem genialen Himmel. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Gras mit drauf und nicht ganz so viel Sand, der in dem Moment nicht wirklich was zum Bild beiträgt. Klar möchte man zeigen, es ist Strand, aber das schafft man auch mit deutlich weniger Sand. Und jetzt schau dir mal das Bild an. Nur durch so einen einfachen Zuschnitt habe ich schon einiges an diesem Foto verändert. Da kann man jetzt noch ein bisschen ausprobieren und noch ein bisschen den Kamerawinkel verändern, dass man das wirklich gerade fotografiert, weiter von links oder sowas in der Art. Und dafür gerade, um das Hauptmotiv wirklich in die Mitte zu setzen. Schön finde ich beispielsweise auch, dass hier so kleine Details mit drin sind. Also die Leute hier vorne stören mich nicht mal so sehr. Die schauen wirklich auf das Gebäude, die schauen in die Sonne und sonst irgendwas. Also die haben kommunikativ wirklich was dazu beigetragen, ist okay. Und ich finde es auch toll, dass hier die Fahne weht, die so ein bisschen zeigen soll, wo das Ganze eigentlich ist. Was steht da? Food oder sowas? Ich kann es nicht genau lesen, aber das ist sowas Schönes. Solche Details tragen in dem Moment zum Motiv bei, aber die Leute, die vom Motiv weglaufen, die den Pfosten hier neben, das hätte ich entweder rausretuschiert oder ich hätte den Kamerawinkel so gesetzt, dass man die in dem Moment gar nicht sieht. Hättest du 20 Sekunden gewartet, wären die mit Sicherheit schon weggelaufen gewesen. Also gerade so ein klein bisschen mehr machen, gerade so ein klein bisschen mehr drauf achten und auch Motive. Ja, man hört immer von Drittelregelungen, man hört immer von goldenen Schnitt und sonst irgendwas. Aber das ist nicht einfach auf jedes Motiv anwendbar. Man kann nicht einfach blind sagen, hey, mach das und dann wird dein Bild gut aussehen. Man muss so ein klein bisschen drüber nachdenken. Und gerade bei symmetrischen Motiven, wie jetzt hier auch, das Video hier, ich sitze ja auch mittig. Wenn ich mich ins Drittel reinsetzen würde, würde es total eigenartig aussehen. Ich kann mal hier... Hier, das sieht auch vollkommen eigenartig aus, weil hier so viel leerer Raum ist. In dem Moment habe ich einen symmetrischen Aufbau. Ich habe die Schreibtischplatte, die hier symmetrisch ist. Ich habe versucht, alles möglichst mittig zu setzen. Funktioniert nicht immer ganz so, aber gerade durch diese Symmetrie, ja, habe ich eben schon Grund, ein Bild in die Mitte zu setzen. Ein Motiv in die Mitte zu setzen, wenn es symmetrisch ist. So ein bisschen drauf achten. Und hier haben wir auf jeden Fall eine gewisse Symmetrie mit drin. Und wenn man das wirklich so fotografiert hätte, hätte es mit Sicherheit besser ausgesehen. Nur so als kleinen Tipp, ansonsten Sonnenuntergang, Wolken im Himmel finde ich richtig genial. Die Lichtstimmung ist echt geil und ich finde es auch toll, dass es hier so ein bisschen durchbricht, durch dieses Gebäude, durch dieses Geländer. Das sieht echt cool aus. Also hast schon einige schöne Elemente mit drin, aber es geht immer besser. Okay, nächstes Foto. Nächstes Foto ist ein Motorrad, das wir in dem Moment, ich weiß nicht genau, warum das vor diesem Turm fotografiert wurde. Das ist so das, was mir auffällt. Der hat irgendwie nichts damit zu tun. Du siehst, du hast ein geniales Motorrad da vorne stehen, du hast daneben, das sind sogar Handschuhe, das sind Details. Oh, Wahnsinn. Ich würde gerne mehr von diesen Details sehen, anstatt von diesem Unnötigen, was in dem Moment, ja, nichts wirklich mit dem Motorrad zu tun hat. Man erkennt diese Struktur auch noch nicht wirklich. Und sie hat auch noch weitere Farben mit drin, hier dieses Blau. Das ist, das hat, das lenkt eher ab. Sowas lenkt eher vom eigentlichen Motiv ab, gerade weil es auch noch scharf ist und nicht irgendwie im Hintergrund unscharf verschwimmt. Ansonsten hast du eine geniale Bildstimmung. Du hast hinten die Bäume, du hast vorne Elemente von den Bäumen mit drin durch diese Blätter. Wenn du jetzt hergegangen wärst, dann hättest du das Motorrad vielleicht mitten auf eine Straße gestellt. Das scheint ja irgendwie eine Straße weiterzugehen. Das mittig auf die Straße gestellt, dann hast du von rechts und von links schöne Linien, die auf dein Motiv zeigen. Wenn irgendwie noch Details daneben liegen, dass ihr auf dem Lenker die Handschuhe liegen und auf dem Sitz der Helm oder sowas in die Richtung. Das interpretiert man in dem Moment mit Motorrad und das fügt in dem Moment dem Motiv auch etwas Interessantes hinzu. Aber dieser Hintergrund mit der Abfüllanlage, ich weiß nicht genau was es ist, aber hat für den Betrachter, der jetzt keine Ahnung hat, was mit dem Bild zu tun hat, hat damit nichts zu tun. Bäume im Hintergrund, Sonnenuntergang, das kann man mit Motorradfahren verbinden. Das ist so wirklich dieses typische Motorradfahren, Straße, Freiheit, Sonnenuntergang, sowas in die Richtung. Das verbindet man damit. Natur, alles genial, aber die Abfüllanlage ist irgendwie, thematisch hat sie damit nichts zu tun. Und sie ist für mich zu scharf und lenkt eher vom eigentlichen Motiv ab, das ja auch nicht ganz mittig im Bild sitzt. Also vielleicht so ein klein bisschen weiter nach rechts gehen mit dem Bildschnitt, also so als grobe Idee, aber grundlegend kann man hier deutlich mehr draus machen. Ich finde es echt toll, wie die Lichtstimmung auf der Maschine aussieht, gerade so ein bisschen durch, ich weiß nicht wirklich, ob es 100%iger Sonnenuntergang war, aber es wirkt so ein bisschen orange im Hintergrund und man hat so das Gefühl, gerade was den Schattenwurf angeht, dass Sonnenuntergang war. Aber die Maschine ist mir nicht im Fokus, nicht genug im eigentlichen Fokus des Betrachters. Da hätte man deutlich mehr rausholen können. Genau. Soviel zu diesem Bild. Wir machen heute mal ein bisschen schneller, dass wir auch wirklich die Bilder durchbekommen, die wir in dem Moment alle haben. Wir kommen zum nächsten Foto und das nächste Foto, oh, das ist, das finde ich eine geniale Idee, finde ich auch eine schöne Umsetzung. In dem Moment, also ich weiß nicht genau, wie es entstanden ist, ob du ein Foto mit der Spiegelreflex gemacht hast oder ob das ein Smartphone-Foto ist, das du einfach auf deinem Smartphone angezeigt hast. Wenn, wir sind mal gerade so frech und schauen uns an, ob hier irgendwelche Linien zu ergänzen, ja, okay, okay, ich sehe, das ist rein retuschiert. Auf jeden Fall ist das rein retuschiert. Das ist mit Sicherheit ein Spiegelreflexfoto. Okay, einfach jetzt nur mal Interesse halber, also so ein klein bisschen darauf achten, dass hier bei der Maskierung, da scheinen irgendwelche, wenn man es wirklich so 100% professionell haben möchte, das geht eigentlich. Ich denke mal, vielen wird das nicht auffallen. Aber ich sehe teilweise so, dass das Display hier nicht 100% gerade ist. Da ist es noch 100% gerade, das hier wirkt noch natürlich und da wirkt es irgendwie eigenartig. Hier. Ja, gut, okay, weiß nicht genau. Ist auch nicht immer einfach, ich kenne das selber, aber ich finde es eine schöne Idee. Ich finde es auch eine schöne Idee in der Hinsicht, dass man halt im Hintergrund die gleichen Elemente wirklich sieht, wie hier vorne. Der Bus steht da, man sieht klar die Leute nicht, weil es unscharf ist, aber es gibt mal keine Logik. Fehler in diesem Foto, was auch den Hintergrund angeht. Was ich jetzt in dem Moment noch anders gemacht hätte, dadurch, dass du dein Handy so hältst, so als würdest du wirklich drauf schauen, ist hier an der Hand noch mit der Uhr zusätzlich die Hand so ein bisschen abgeknickt. Wenn du das Foto im Nachhinein nochmal machst, machst du ja sowieso, dann halt das Handy doch mal gerade. So als würde die Hand wirklich von der Seite reinkommen, dann ist diese Seite hier glatter und wirkt aus meiner Sicht so ein klein bisschen besser. Einfach nur mal so als Idee, was man in Zukunft noch hätte anders machen können. Ich habe ja schon gesagt, bei manchen Bildern fällt es mir echt schwer, noch was zu sagen, weil es eben echt gute Fotos sind, die hier teilweise geschickt werden. Außerdem weiß ich auch nicht, ich habe das Gefühl, das Handy ist nicht ganz mittig. Vielleicht noch so ein bisschen von der linken Seite wegschneiden, dass man das Handy wirklich mittig hinbekommt. Das ist so ein prägnantes Objekt, dass man es wirklich mittig platzieren sollte. Gerade ist es einigermaßen. Und beim Motiv, dem Motiv vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Raum geben. Also hier an der Stelle, ich zoome da gerade mal ran, ist nicht so einfach, klar. Also man muss so ein klein bisschen weitwinkliger gehen. Oh, da steht sogar einer auf dem Dach. Das sind ja mal coole Details. Da steht einer auf dem Dach, die scheinen die Gläser zu reinigen. Ich weiß nicht genau, was die da machen, aber da stehen Leute auf dem Dach. Lustig, was man hier alles für Details sieht. Klar, da unten Touristen, wo man sich auch satt sehen kann. Ich finde es echt toll gemacht. Ich hätte nur dem Motiv vielleicht ein kleines bisschen mehr Raum gegeben. Dass man wirklich sagt, man schneidet rechts nicht ganz so stark an, macht es ein minimal weitwinkliger und hier ein kleines bisschen mehr Abstand reinzukriegen. Oder man schneidet es wirklich so, dass hier an der Stelle gar kein Abstand ist. Dass man wirklich knallhart sagt, wir haben nur Struktur im Gebäude. Wir haben keinen Hintergrund außer den Hintergrund oben, was ich echt toll finde. So mit Wolken, mit Dramatik. Ist das in Hamburg? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist in Hamburg. Könnte in Hamburg sein. Ich kenne das Gebäude nicht. Ich bin teilweise, was Wahrzeichen angeht, bin ich echt ein Blindgänger. Aber ja, grundsätzlich hier vielleicht noch so ein kleines bisschen wegschneiden. Man schneidet in dem Moment. Also ich bin ein Fan davon, entweder etwas ganz abzuschneiden oder gar nicht. Und bei gar nicht heißt nicht so ganz knapp, sondern wirklich lass ein bisschen Raum. Oder schneid es wirklich so an, dass man wirklich sieht, es wurde auch angeschnitten. Du hast das hier neben, für so ein bisschen Symmetrie. Die Ecke, ich denke mal, da ist eine Ecke. Die hast du abgeschnitten und die Ecke liegt frei. Das heißt, wenn du hier so den Anschnitt setzen würdest, würde mit Sicherheit ein kleines bisschen besser aufsehen. Gerade auf dem Smartphone-Display. Und im Hintergrund natürlich auch. Also da haben wir, wobei hier, ich habe ja schon gesagt, links ein bisschen wegschneiden, damit das Handy mittig ist. Rechts vielleicht ein bisschen, du kannst es ja, ich weiß nicht, ob du es frei positionieren kannst, wie das Ganze fotografiert wurde, ob du eine freigestellte Hand hast. Wenn es eine freigestellte Hand war, hast du es echt sehr gut gemacht. Aber ich glaube, das wurde vor Ort so fotografiert. Also das Handy. Und dann nochmal das ganze Smartphone-Foto von der eigentlichen Kamera mit rein retuschiert. Ich denke mal, dass das der Prozess war. Vom Zuschnitt her, Handy ein bisschen mittiger setzen und schauen, dass auf jeden Fall auf dem Smartphone, mindestens auf dem Smartphone, wenn nicht sogar auch hier, diese Ecke hier ebenfalls angeschnitten ist, dass man quasi durchgehend ein Gebäude hat. Nur so als groben Tipp. Ansonsten echt tolle Idee, echt gut gemacht. Gut, nächstes Foto. Wir haben noch ein paar mehr Fotos vor uns und das Foto ist ein Porträt. Und ich bin ja selber eher Porträtfotograf und finde auch Porträts immer so ein klein bisschen besser. Und oh, das finde ich, das finde ich gut. Schöne Lichtstimmung, Ausdruck. Ja, ja, weiß nicht genau, was er sagen soll. Der Mund sieht ein bisschen eigenartig aus, was aber auch durch diese Eisscheibe kommen kann. Ansonsten genial. Gerade die Augen richtig schön scharf. Was mich jetzt noch so ein bisschen stört, also ich finde es auch toll, dass man so ein bisschen Dreck auf dem Eis sieht und dass man so ein bisschen Dreck an den Händen sieht. Das ist das Natürliche. Wenn ich irgendwo Eis aufhebe, ist da immer irgendein Dreck dran. Das ist was, was ich erwarten würde. Ich weiß jetzt nicht genau, was an der linken Seite ist, diese Lichter, die da spiegeln. Die hätte ich vielleicht noch mit rausgenommen. Und auf jeden Fall hier oben das Schild von der Mütze. Also gerade so ein kleines bisschen zuschneiden. Und, weiß nicht, ob du das siehst, weiß nicht, ob ihr das in dem Moment seht, die Augen sind so ein kleines bisschen weiter zu weit rechts. Also das Gesicht an sich ist so ein kleines bisschen zu weit rechts. Entweder hätte ich das 100% mittig genommen oder ich hätte es noch ein kleines bisschen mehr nach rechts gesetzt, dass man eben wirklich sieht, das sollte auch rechts sitzen. Aktuell, ich bin dann so ein Fan davon, entweder ganz oder gar nicht, entweder symmetrisch oder komplett unsymmetrisch, gerade oder komplett ungerade. Also da gibt es einiges, was man in dem Moment machen kann. Aber jetzt schau dir das mal an, wenn das wirklich 100% mittig sitzt. Man kann ja die Mittellinie hier so ein bisschen an der Nase ausrichten. Wie das wirkt? Wirkt aus meiner Sicht nochmal komplett anders. Und man wird auch so ein bisschen von diesen Lichtern hier an der Seite, ich weiß nicht genau, was das ist, die kann man noch so ein bisschen loswerden. Und hier oben selbstverständlich auch das Schild von der Mütze. Wenn ich das so zuschneide, wirkt nochmal komplett anders. Klar verlieren wir auch so ein bisschen die Details vom Hintergrund. Und es lohnt sich so ein klein bisschen Hintergrund mit draufzunehmen, wirkt nochmal interessanter. Aber das ist jetzt wieder so Haarspalterei, nehme ich Hintergrund mit drauf, nehme ich das mit drauf, sowas in die Richtung. Das ist viel künstlerische Entscheidung. Aber in dem Moment wäre ich wirklich hier gegangen, durch diese Symmetrie, die wir haben, die Nase mittig setzen. Und das Schildchen hier oben von der Mütze entweder ganz drauf oder gar nicht. Aber dadurch, dass hier so viel schwarz ist, hätte ich es wahrscheinlich komplett rausretuschiert. Ja, sonst tolle Idee, auch das mit der Eisscheibe. Liegt die auf der Nase auf? Ich weiß gar nicht, ob die... Da ist zumindest mal ein Wassertropfen. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen weiter weg, dass die nicht auf der Nase aufliegt, weil das hier mich stört. Weiß nicht, ob es andere stört. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, im Übrigen, wenn ihr selber mit meiner Meinung nicht einverstanden seid. Wenn ihr jetzt selber sagt, so hey, das hätte ich vielleicht so gemacht, das wäre vielleicht so besser gewesen. Wir wollen ja alle, ich will ja damit erreichen, dass nicht nur ich euch sage, was ihr besser machen könnt. Wir haben eine Community. Hier sind so viele Leute unterwegs, die sich meine Videos anschauen. Im Schnitt schauen sich, glaube ich, fast 1000 Leute so ein Bildkritik-Video an. Und 1000 Leute, da haben auf jeden Fall welche eine Meinung, die Leuten weiterhelfen kann. Bitte anständig bleiben, ganz wichtig. Es geht nicht darum, jedes Foto irgendwie schlecht zu reden, sondern ich will ja den Leuten eigentlich weiterhelfen und dafür sorgen, dass man so ein klein bisschen besser wird. Ansonsten, ich finde es genial. Schönes, offenblendiges Porträt, das jetzt einfach nicht nur so ein Standard ist, sondern schon so ein bisschen interessanter. Und farblich auch wunderbar gehalten. Keine eigenartigen Farben, die irgendwie von ablenken würden. Das ist eine einheitliche Farbstimmung. Passt. Richtig genial. Richtig genial. Okay. Nächstes Foto. Wir machen gleich mal weiter mit diesem Porträt. Und hu, das, äh, okay, schöne Schärfe in den Augen. Augen kommen auch nicht schlecht raus, ja. Ich finde die Brauen hier unten ein bisschen zu prägnant, aber egal, das ist jetzt was, das ist nicht ganz so wichtig. Es ist jetzt wieder schwierig für mich was zu sagen, wo ich wirklich sage, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man wirklich eine künstlerische Freiheit hat. Wo nicht mehr so viele technische Fehler entstehen, wo man jetzt nicht wirklich sagt, so, ah, das hätte man vielleicht so machen können oder das Bild ist zu hell oder zu dunkel oder sonst irgendwas. Dementsprechend ist es öfters mal schwierig für mich zu sagen, was man an Fotos verändern könnte. Ich finde den Blick nach oben nicht schlecht, ähm, auch wenn das mich als Betrachter so ein bisschen dominant wirken lässt. Ich bin eher der Fan davon, sowas wirklich, äh, eher, von der Ebene her eher weiter runter zu gehen. Auch die Kameras, wenn die hier mich filmen, die stehen niemals auf Augenhöhe, sondern immer so ein kleines bisschen weiter unten. Es gibt auch mehr Blick auf den Hintergrund und nicht so sehr auf das Chaos, was hier auf dem Boden ist, ähm, egal, aber, ähm, das ist sowas, wie ich das Ganze angehe. Du gehst es in dem Moment ein bisschen anders an, was vollkommen in Ordnung ist. Viele Dinge, die ich jetzt sagen würde, würden vielleicht andere sagen, ja, okay, das kann ja jeder machen, wie er möchte, also kann ja eh jeder machen, wie er möchte. Deswegen ist es ein kleines bisschen schwierig, hierzu wirklich eine Kritik zu finden. Ähm, ich hätte vielleicht das Gesicht ein bisschen schiefer gesetzt, jetzt so auf den ersten Blick her, dass man wirklich so, wirklich mehr Schiefe hat, ist mir noch nicht so gut genug. Ansonsten etwas enger vom Bildschnitt her, vielleicht ein bisschen weiter runter, weil das Kinn mir zu sehr, äh, angeschnitten ist, dass man wirklich sagt, so man geht vom Schnitt her ein klein bisschen weiter runter, dass die, zwar wer von der Stirn verschwindet. Muss ein bisschen aufpassen, je nachdem wir, bei wem man das macht, wirkt das schnell eigenartig. Ich weiß genau, wenn ich bei meinen Fotos durch die Stirn schneide, sehe ich aus, als hätte ich eine Glatze. Aber, ähm, in dem Fall gar nicht mal so verkehrt. Äh, ruhig ein bisschen weiter runter gehen, vielleicht auch den Pulli in der Bearbeitung noch ein bisschen abdunkeln, weiß nicht, ob das Bild groß bearbeitet ist. Es sieht erst einmal nicht so aus, was sehr gut ist. Eine Haut muss nicht immer nur blank retuschiert sein, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal irgendwelche, äh, hier Farbstörungen sieht oder sowas in die Richtung. Also, so ist halt die menschliche Haut, das gehört dazu. Niemand hat so eine ultraperfekte Haut und wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe eine ultraperfekte Haut, dann kann ich dir mit einem Beauty-Tisch das Gegenteil beweisen. Ähm, ne, schönes, natürliches Porträt, ähm, auch wenn sie jetzt in dem Moment nicht lacht, auch wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen ernst guckt, so wirkt es zumindest, ähm, finde ich es vollkommen in Ordnung. Ist nicht ganz mein Style, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber das ist für jeden Fotografen, äh, komplett was anderes. Ich finde es schön, natürlich, passt, super. Okay, nächstes Foto. Oha, oha. Ähm, also, hier habe ich wieder ein bisschen mehr vor mir. Erstens mal, ähm, Wasserzeichen, ich sage es wieder bei jedem Foto. Zweitens, es sieht das Auto aus, als, äh, sollte man damit nicht über den Bordstein fahren und, äh, aber gut, das hat jetzt mit dem Foto nichts zu tun. Also, ähm, ja, ich komme nicht aus der Tuning-Szene, ein Auto muss bei mir funktional sein, ein Auto muss bei mir fahren und, äh, dementsprechend ist mir sowas meistens egal. Aber, äh, fotografisch fallen mir einige Dinge auf. Du hast sehr viel Straße mit drauf, die eigentlich unnötig ist, die hätte ich vielleicht noch weggenommen, ein bisschen weiter nach oben gegangen vom, äh, Bild-Schnitt her. Zweitens stehen da sehr viele Leute. Ja, das war wahrscheinlich irgend so ein Autotreffen, Automesse, sowas in die Richtung, ähm, da kriegt man die nicht immer raus. Aber, äh, so ein klein bisschen hätte man schon Leute rausbekommen können, einfach indem man ein bisschen zuschneidet. Hier, dieses Auto auf der rechten Seite mit den Leuten weg. Den, den Typ hier auf der linken Seite, der gerade durchs Bild läuft, kriegt man auch noch raus, einfach indem man das Bild so ein kleines bisschen mehr zuschneidet. Und, äh, ich hätte auf jeden Fall gewartet, bis derjenige mit dem roten Pulli weggegangen wäre. Der hat die gleiche Farbe wie das Auto und lenkt eher vom Auto ab, das ist so. Wenn da jetzt einer mit einem schwarzen gestanden hätte, okay, also mit einem schwarzen Oberteil oder mit was Farbneutralem, okay, wäre ein anderes Thema gewesen, hätte man in dem Moment integrieren können. Aber, ähm, dadurch, dass es rot ist, nee, lenkt eher ab von der ganzen Sache. Mein Tipp an der Stelle, wenn du wirklich jemand bist, der gerne Autos fotografiert, es gibt ein Geheimnis. Leute, die solche Autos haben, möchten, dass Fotos gemacht werden. Zumindest mal die meisten. Du kannst die ruhig ansprechen. Du kannst ruhig mal sagen, so, hey, komm, wir schnappen uns mal dein Auto, wir fahren mal irgendwie um die Ecke oder, äh, wir suchen uns mal einen Ort, wo ich wirklich geniale Fotos von deinem Auto machen kann. Und, äh, dann wirkt das Ganze nochmal komplett anders. Ähm, viele sind wirklich bereit dazu, wenn ich jetzt sage, so, hey, ich mache ein paar tolle Fotos von deinem Auto. Wir suchen uns einen Termin raus, wir gehen, keine Ahnung, Sonnenuntergang in irgendeinem Hafengebiet oder sowas in die Richtung. Das kann genial werden. Und sieht zehnmal besser aus, als wenn man nebenher einfach mal so, zack, ah, ich habe ein Foto von dem Auto gemacht, ähm, und habe mich dabei vielleicht noch irgendwie versteckt. Also geh ruhig auf Leute zu, frag die ruhig. Wenn zehn Nein sagen, der Elfte sagt ja, mit Sicherheit, verspreche ich, auf jeden Fall. Ähm, das wirkt nochmal komplett anders. Wenn es wirklich das ist, was du machen möchtest, auf Automessen fotografieren, vollkommen in Ordnung, aber es ist einfach nur so ein Tipp, um so ein bisschen Exklusivität hinzubekommen und Bilder besser wirken zu lassen, einfach indem du Autos privat fotografierst. Also nicht privat-privat, sondern im privaten Kreis, ohne dass jetzt haufenweise Leute drum rumstehen und du wirklich machen kannst, was du willst. Ähm, bringt dich auf jeden Fall weiter. Und, ähm, der kalte Look, jetzt gerade was vom Bildlook angeht, das ist relativ kalt gehalten, ähm, finde ich ein bisschen unpassend. Ähm, Auto vielleicht auch ein bisschen mehr eingedreht, ein bisschen weiter von links fotografiert oder sowas, das wäre noch eine bessere Idee gewesen, weil, ähm, wenn man Autos von vorne fotografiert, haben die meist nicht diese Dimension. Ich wette, wenn du, wenn du ein Polo, ein Golf und ein Passat von vorne fotografierst, äh, wirst du meistens die Autos nicht wirklich unterscheiden können, wenn es wirklich gerade fotografiert ist, du siehst die Dimension nicht. Bring ruhig ein bisschen mehr Tiefe mit rein, indem du Auto von der Seite fotografierst oder mehr von der Seite fotografierst, man hat es so leicht angedeutet, bisschen weiter nach links gegangen und es hätte nochmal komplett anders gewirkt. Jetzt einfach nur so meine, meine groben Gedanken zu diesem Thema, versuch da ruhig einige Dinge und versuch auch den Hintergrund sauber zu halten, soweit es eben geht. Wir haben viele störende Farben, das rote Oberteil, das, äh, das Magenta-Auto hier, das lila Auto, das gelbe Nummernschild, sowas sticht mir alles ins Gesicht, auch hier, das Auto ist relativ prägnant und, ähm, wenn man sich wirklich hergeht und wirklich darauf konzentriert und sagt, hey, wir machen mal vielleicht mal einen Termin und sagen, hey, wir machen die Bilder vielleicht privat, dann, ähm, wirkt es nochmal komplett anders und du hast eben viel mehr Kontrolle. Vielleicht wird er jetzt nein sagen, aber vielleicht kriegst du den von dem nächsten Auto mit dazu und selbst wenn du lieber das Auto hättest, irgendwann hast du haufenweise Bilder und wirst von den Leuten auch noch angefragt. Also man kann hier schon sehr viel draus machen. Okay, soweit meine Tipps zu diesem Thema. Wir haben jetzt noch ein Foto, was ich eine schöne Idee fand, grundsätzlich, der grundsätzliche Ansatz ist genial. Du hast relativ wenig Farben im Hintergrund, sehr gut. Du hast schon ein bisschen eine schöne Unschärfe, mit welcher Blende ist das fotografiert? Sehe ich das irgendwo? Blende 8. Oh, warum? Warum? Warum so eine geschlossene Blende? Mach die Blende ruhig auf, gerade bei Porträts, gerade wenn man hier so viel Unschärfe mit drin hat, ähm, nutze das. Und der Ast hier vorne, den kannst du ruhig vor die Kamera setzen, aber dann sollte sie da nicht stehen. Setz sie mal ein bisschen weiter nach hinten und nimm den Ast mal wirklich direkt an die Kamera. Dann hast du nämlich so eine weiß-grüne Unschärfe im Vordergrund und eine weiß-grüne Unschärfe im Hintergrund und das wirkt ultra geil. Guck auch, dass solche Baumstämme, wie das hier links, dass solche dunklen Elemente nicht so prägnant dargestellt werden. Ich denke mal, das Foto wäre zehnmal besser gewesen, wenn sie zwei Schritte zurückgegangen wäre, du zwei Schritte vor und einfach so ein kleines bisschen nach links. So ein klein bisschen vom Bildwinkel her nach links gehen, dass der Stamm hier rausgeht. Wow, Wahnsinn. Sie hat einen schönen Ausdruck, auch wenn ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass sie in die Kamera schaut. Sie ist vielleicht ein kleines bisschen zu kontrastlos. Hätte man in der Bearbeitung noch ein bisschen was machen können, aber an sich, ganz einfache, minimale Bewegungen wirken schon so unglaublich stark. Einfach im Hintergrund störende Elemente rausmachen. Ich sage es immer wieder, Vordergrund unstörende Elemente rausmachen, weil dieser Ast ist scharf und was hat der Ast für eine Bedeutung? Der bringt nichts, aber er könnte einfach dadurch, dass du ihn unscharf in den Vordergrund nimmst, sobald du was unscharf, sobald du was vor die Kamera hältst, so direkt hier, so ist das unscharf. Selbst der Blende 22 und dementsprechend kannst du so ein klein bisschen mit Unschärfe spielen, mit Unschärfe arbeiten und es wirkt nochmal komplett anders. Geh ruhig von der Belichtungszeit her ein bisschen höher und von der Blende ein bisschen weiter auf und dann wirkt diese Tiefenschärfe auch nochmal komplett anders. Okay, oha, ich muss nur ansprechen. Wasserzeichen. Noch ein schlimmeres Wasserzeichen als die anderen, denn ich kann nicht mal sehen, worum es hier geht. Ah, Sven Metz Photography. Jetzt kann ich es lesen und jetzt komme ich ein bisschen näher ran, aber wenn das Bild komplett ist, das sieht doch keiner, das wirkt doch gar nicht. Man denkt eher so, hä, was ist denn das für ein gelber Fleck? Okay, also wie gesagt, Wasserzeichen rauslassen. Ich werde den Kampf fortführen, so lange, bis es nie wieder Wasserzeichen geben wird. Oder alle Wasserzeichen so in Bilder integriert sind, dass sie auch genial wirken. Das ist nämlich das, was einige Fotografen machen, was genial aussieht. Oha. Ja, nächstes Foto. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Du hast sehr, sehr viele Motive in einem Bild zusammengefasst, was total übertrieben ist. Du hast hier rechts den Brunnen, der zwar sehr prägnant ist, aber der ist rechts angeschnitten. Wenn es der Brunnen gewesen wäre, ein bisschen mehr einen Brunnen drauf mitnehmen. Du hast hier dieses Gebäude, was zwar echt cool gewesen wäre, wenn man es zuschneiden würde, könnte man da vielleicht noch was draus machen. Ja, ja, warum nicht? Ist ein bisschen schief, können wir noch ein bisschen begradigen, aber warum nicht? Ja, du hast den Turm hier hinten, ja, können wir auch noch ein Motiv draus machen, richtig. Und du hast die Gebäudeseite hier an der rechten Seite, was aber durch den Brunnen so ein bisschen verdeckt ist. Die Leute hier im Vordergrund, die hättest du ausblenden können. Einfach hergehen und wirklich auf ein Motiv konzentrieren. Haben wir irgendwie EXIF-Daten? Ja, eine 80. Sekunde. Blende 16. Warum Blende 16? Ich denke mal, du wolltest viel Schärfe mit drin haben. Brennweiter 70 Millimeter, okay. Ich denke mal, du wolltest recht viel Schärfe mit drin haben, aber dreh das Ganze doch mal um. Versuch doch mal mit Unschärfe zu arbeiten. Versuch dich doch mal auf eine Sache zu konzentrieren. Das Gebäude an der linken Seite, geniales Motiv. Geh ein bisschen weiter rechts, dann ist dieser Baum nicht so direkt vorne dran. Dann kannst du dich darauf konzentrieren. Schneid vielleicht auch die Geschäfte unten raus und du kriegst in dem Moment so eine Oldschool-Fassade aus England. Ja, es ist England. Ich weiß nicht genau, welche Stadt und wo genau. Ich habe ja schon mal gesagt, Wahrzeichen bin ich absoluter Blindgänger, aber Big Bus London könnte vielleicht darauf hinweisen, dass es in London ist. Genau, du hast hier hinten einen Turm, den du auf jeden Fall näher mit rannehmen kannst, wo du ein bisschen mehr drauf fokussieren kannst. Du kannst auch hergehen und kannst ruhig die Gebäude aus dem Vordergrund noch mit reinnehmen, solange halt klar ist, dass das das Hauptmotiv ist und dass es eben auch gerade ist, da ist ein bisschen schief. In Pisa darf man das machen, aber nicht hier. Ansonsten ist das Bild viel zu unruhig, viel zu viele Dinge, auf die man schauen möchte und nicht wirklich weiß, was man in dem Moment beobachten sollte. Ich habe das in Schottland schon gemacht, wo ich in der Stadt fotografiert habe und habe mir eben gedacht, so haufenweise Menschen unterwegs. Wie kriege ich die raus? Entweder Langzeitbelichtung oder Gebäude so fotografieren, dass man sie in dem Moment nicht sieht, wie beispielsweise hier. Habe ich auch fotografiert und man sieht keine Menschen. Das ist zwar detailreich, aber nicht so detailreich, dass es in dem Moment ablenken würde. Man sieht ein bisschen Skyline, aber nicht so, dass sie vom Motiv ablenkt. Also einfach so ein bisschen drauf konzentrieren, wirklich überlegen, was du fotografieren möchtest und wenn du wirklich die Menschen fotografieren wolltest, dann nimm auch nur Menschen drauf. Dann beschneit es wirklich so, dass in dem Moment das so beschnitten ist zum Beispiel. Dann hast du Menschen drauf. Geh vielleicht von der Perspektive noch ein bisschen weiter runter, aber entscheide dich für ein Motiv. Du hast hier vier, fünf Motive, sieben, acht Motive, wenn man es genau nehmen möchte. Und alle zu kombinieren, alles immer in ein Bild reinzubringen, das ist zu viel. Konzentriere dich auf einen Bereich, schau, dass dieses eine Motiv perfekt aussieht und dann weiß man auch, wo man hingucken soll. Entweder der Brunnen, entweder der Turm im Hintergrund, entweder die Gebäudefassade, die Menschen, der Bus, so viele Möglichkeiten, aber dadurch, dass halt so viel zu sehen ist, wirkt es eher eigenartig. Auch die Menschen hier unten drunter, die sind nur so leicht angeschnitten. Schneid die raus. Jetzt für das Foto auf jeden Fall rausschneiden. Wie ich schon gesagt habe, ganz ab oder gar nicht. Gut, nächstes Foto haben wir hier. Aha, okay, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man so viel besser machen. Auch mit dem Equipment, das du jetzt mit Sicherheit hast. Ich weiß nicht, mit welcher Kamera es fotografiert wurde, aber du kannst es mit Sicherheit auch mit dem aktuellen Equipment besser machen. Ich weiß nicht, warum Leute so extrem darauf stehen, dass die Lichter immer als Stern dargestellt werden müssen. Bin ich absolut kein Fan von. Du hast in dem Moment auch wieder unterschiedliche Bereiche. Du hast hier diese Lichter, die da oben hängen. Du hast die Brücke im Hintergrund und du hast hier vorne diese Brücke, die aber alle für sich stehen sollten. So ein klein bisschen. Das eine lenkt irgendwie immer vom anderen ab. Jeder möchte Aufmerksamkeit haben in diesem Foto und das sorgt eher dafür, dass man nicht wirklich weiß, wo man hinschauen soll. Was mit Sicherheit geholfen hätte. Also erstmal ein besserer Weißabgleich. Der Weißabgleich ist für viel zu orange. In dem Moment, wo du hergehst und den Weißabgleich ein bisschen kälter setzt, wird der Himmel deutlich kälter, wird der Himmel deutlich bläulicher und der Vordergrund ist nicht so unglaublich orange. Kann man in der Nachbearbeitung und im RAW problemlos machen oder auch in der Kamera und dann belichten nicht so lange. Ich habe gesehen, du hast 30 Sekunden belichtet. Die Blende ist in dem Moment auf 20. Mach die Blende ruhig auf. Das ist, wenn du weitwinklig fotografierst, wie mit 18 Millimeter in dem Moment. Du brauchst keine Blende 20, damit alles scharf ist. Du kannst mit einer Blende 5.6 alles scharf bekommen. Kommst ein bisschen auf Abstand und Kamera und Brennweite an und so. Ja, aber du brauchst keine so extrem geschlossene Blende. Und belichte nicht so lange, denn ich sehe hier fahren Autos, aber die sieht man kaum, einfach weil du zu lange belichtet hast. Wenn du in dem Moment schneller belichten würdest, würde man die vielleicht ein bisschen mehr sehen oder du musst halt zu einem Zeitpunkt hingehen, wo deutlich mehr Autos da unterwegs sind. Einfach ein bisschen schauen, vielleicht im Berufsverkehr hergehen, wenn Stau ist, dann kannst du 30 Sekunden belichten, dann sieht es vielleicht noch genialer aus, aber in dem Moment ist das zu viel. Vielleicht auch so zuschneiden, dass man diese Lampen da oben nicht sieht. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß auch gar nicht, was die für einen Sinn haben. Die können nicht, hängen die über der Straße? Beleuchten die die Straße? Also ja, sie beleuchten die Straße, aber sowas gibt es? Okay. Ich finde an diesem Motiv, das ist auch wieder zu unruhig, auch wieder zu viele Dinge, auf die man sich konzentrieren sollte, könnte. Zoom wirklich mal ran und keine Ahnung, mach ein Bild von der Brücke im Hintergrund, von dieser Pylonbrücke mit den fahrenden Autos. Da sieht man ein paar, das sieht genial aus. Geh vielleicht her und mach vielleicht etwas nur von der unteren Brücke und lass den oberen Bereich mit diesen Lampen raus, weil die Lampen, die die nehmen, ziehen so viel Aufmerksamkeit auf sich. Die haben ein Drittel vom Foto eingenommen. Dabei sind sie eigentlich nur Beiwerk. Und ebenfalls wichtig, ich muss gerade mal gucken, was für einen ISO-Wert hast du denn genommen? ISO 100 und warum rauscht der Himmel dann so extrem? Das ist hier ein echt extremes ISO-Rauschen teilweise. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das ist auch ein bisschen fleckig. Vielleicht liegt es auch an einer zu starken Bearbeitung. Also guck eher, dass der Weißabgleich korrekt ist, dass der Weißabgleich die Brücke nicht so orange in dem Moment anstrahlt. Auch das unter der Brücke, dass es so orange leuchtet, das lenkt auch so ein kleines bisschen ab. Ich würde vielleicht eher auf ein Motiv gehen. Such dir eine andere Perspektive. Auf jeden Fall, man kann nachts so viel fotografieren, sich mitten auf Straßen stellen. Also bitte schauen, dass man nicht überfahren wird und dass man den Verkehr nicht behindert. Aber es gibt oft Orte, da kann man sich quasi mitten auf Straßen stellen, von Brücken auf Straßen runter fotografieren oder sowas in der Art. Es gibt einige Möglichkeiten, aber das hier ist zu gelb, zu viele Lichter, die Sterne sind zu prägnant und man weiß nicht wirklich, was das Hauptmotiv ist. Konzentriere dich auf eine Geschichte und schau, dass der Hintergrund dafür sauber ist. Genau, das ist das, was ich immer wieder sage, weil es führt auch immer zu besseren Bildern. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Foto für heute. Das letzte Foto für heute ist dieses da. Okay, ein Foto, zu dem schwarz-weiß auf jeden Fall passt. Die Gebäude sehen alle ein bisschen älter aus, die Uhr ist offensichtlich ein bisschen älter und dann ist man auch so ein bisschen schwarz-weiß vom Feeling her eher mit drin. Jetzt stören mich natürlich so ein paar Sachen. Zuerst einmal, wir haben hier einen schönen Linienverlauf auf der rechten und auf der linken Seite durch den Bordstein und der führt zu diesem Bereich dahin, zu dem Haus. Trotzdem haben wir ein sehr prägnantes Motiv im Vordergrund mit dieser Uhr, die auch nicht gerade ist. Also, vielleicht hättest du hergehen können, es sieht so aus, als wäre sie mittig auf dieser Fußgängerzone gebaut und hättest hergehen können, einfach so ein Stück nach links und die Uhr mittig setzen. Stück nach links, die Uhr mittig setzen, die Linien von rechts und links nutzen, damit der Betrachter in dem Moment in die Bildmitte schauen muss und dann hätte er es genial ausgesehen. Auch bei den Leuten so ein bisschen schauen, ich finde, ich weiß nicht genau, ob du das bist, der sich da ins Bild reingestellt hat, aber der Mann, der da steht, der wirkt ein bisschen eigenartig. Er schaut, er sieht nicht gerade glücklich aus und er steht da einfach. Er scheint zu laufen, der Einfuß ist leicht hochgehoben, aber das sieht man nur, wenn man ranzoomt. Es sieht in dem Moment aus, als würde der einfach stehen, auf irgendwas warten und das kann man nicht so wirklich zuordnen. Die Familie da im Hintergrund, das ist vollkommen in Ordnung, die laufen da durch. Vielleicht hätte ich kurz gewartet, bis diese Familie hier gestanden hätte und der Mann wieder ein bisschen weiter gelaufen wäre und hätte dann das Foto gemacht, wieder mit weiter links, mittig, Linien von der Seite oder sowas, da kann man sehr viel machen und hätte nochmal komplett anders gewirkt. Trotzdem gute Herangehensweise auch, dass der Himmel jetzt in dem Moment zum Bild gepasst hat, dass der nicht irgendwie jetzt strahlende Sonne gewesen wäre oder Wolken. Passt sehr gut, dass der in dem Moment keine Details enthält, aber Linienführung, Leute, achtet mal auf Linienführung. Die Gebäude, die haben alle Querlinien, die haben alle Fensterrahmen, alles zeigt so in diese Bildmitte mit rein und trotzdem ist es so unsymmetrisch, dieses Foto. Es hat so viel Symmetrie, so viel symmetrische Elemente drin und ist trotzdem so unsymmetrisch. Ich weiß, die Drittelregelung ist für viele Motive eine wunderbare Herangehensweise, aber ich sage es immer wieder. Wenn sie keinen Sinn ergibt, wendet sie auch nicht an. Sie gibt nicht immer Sinn. Sie ist eine schöne Hilfe für den Anfang, damit man den Horizont halt nicht einfach bei jedem Motiv mittig nimmt oder dass man nicht einfach jedes Motiv in der Mitte platziert, aber wenn sie keinen Sinn ergibt, lasst sie einfach raus. Setzt wirklich bei Symmetrie Motive auch mal mittig in die Bilder. Ich mache das sehr gerne, ich mache das sehr häufig. Es ist nicht verboten. Haltet euch nicht so an diesen ganzen Regeln fest, die existieren. Es gibt so viele Regeln, ihr könnt die kombinieren. Ihr könnt euch selber raussuchen, was in dem Moment auf euer Bild passt und könnt selber überlegen, ist das jetzt sinnvoll, das so zu setzen oder nicht. Einfach ausprobieren, einfach ein bisschen testen, ob es funktioniert oder nicht und in dem Moment hat das halt einfach nicht funktioniert. In dem Moment hätte die Uhr mittig besser ausgesehen, mit den Führungslinien an der Seite. Drittelregelung ist nicht immer, der Gral der Fotografie. Dass der Horizont auf der Drittellinie liegt, das finde ich gut. Dass oben so ein bisschen mehr Himmel da ist, dann können die Gebäude auch von rechts und von links schön reinlaufen. Aber, und im Übrigen hier, diese Dachspitze, die ist angeschnitten. Da wieder ganz oder gar nicht. Ich sage es immer wieder. Also Fazit von diesem Video, ganz oder gar nicht. Und Drittelregelung ist nicht die einzige Regelung in der Fotografie. Es gibt noch deutlich mehr Regeln und Vorgaben, nach denen man seine Bilder ausrichten kann, wie man seine Bilder gestalten kann. Denkt über diese ganze Geschichte nach. Bildet euch so ein bisschen weiter in der Hinsicht. Bildgestaltung ist extrem wichtig. Zehnmal wichtiger als die Kamera. Und achtet auf sowas. Ansonsten, das war es für heute. Wir haben wieder ein paar sehr coole Bilder mit dabei gehabt. Ich habe alle Leute verlinkt. Versucht, soweit ich eben Namen und Verlinkungen mitgeschickt habe, die in die Bilder mit einzublenden. Es macht mir mega Spaß, diese Bildkritiken aufzunehmen, andere Leute kennenzulernen, also zumindest mal die Bilder von anderen Leuten kennenzulernen. Wenn du jetzt selber Kommentare zu diesen Fotos hast, schreib sie gerne unten drunter. Vielleicht bist du nicht mit dem einverstanden, was ich gesagt habe. Vielleicht hättest du gesagt, ich hätte es eher so gemacht. Vollkommen in Ordnung. Fotografie ist vielseitig. Schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf, mit euch zu diskutieren. Schreib am besten auch eine Bildnummer dazu, dass man in dem Moment weiß, um welches Bild es auch geht von der Reihenfolge her. Und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und ja, die nächste Bildkritik-Folge wird wieder live sein, weil dann ist es Nummer 10, dann haben wir ein Jubiläum und wenn wir jetzt 10 Bilder pro Bildkritik-Folge rechnen, manchmal sind es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, ich glaube eher weniger, aber wir haben, wow, wir haben mit Sicherheit 70 Bilder schon kritisiert. Also fahren Sie, wie viele das sind. Es macht mir jede Menge Spaß. Folge 10 machen wir live. Ich werde euch hier auf jeden Fall eine Info, beziehungsweise auf meinem Instagram-Kanal eine Info geben, wann und wie. und dann könnt ihr live mit dabei sein, selber euren Senf dazugeben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wir sehen uns entweder jetzt auf fotografieren-lernen.eu mit noch deutlich mehr Tutorials oder einfach im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf jeden Fall.